Show me the money, Honey, Folge 31. Show me the money, honey.de. Hier, Digital Money Maker Erfolgspodcast. Rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Kessler. Hallo liebe Erfolgsfreunde und Digital Money Maker. Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Show me the money, Honey. Heute geht es hier um ein Thema, was wirklich Erfolgreiche anders machen. Was machen Erfolgreiche anders? Warum haben manche Menschen Erfolg in allen Lebenslagen, egal was sie anfangen, sie haben Erfolg? Was machen diese Menschen anders? Was haben sie, was andere nicht haben? Napoleon Hill, der im Auftrag von Andrew Carnegie die reichsten Menschen seiner Zeit interviewt, analysiert hat, hat auch über 25.000 Fallstudien von sogenannten Versagern, von Menschen, die es nicht geschafft haben, die nichts auf die Reihe bekommen haben, betrieben. Und allen fehlte eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die alle Erfolgreichen wiederum hatten. Die Erfolglosen. Menschen, die in gewissen Lebenslagen einfach ihr Leben nicht gemeistert haben. Und da rede ich nicht nur vom Finanziellen, sondern auch in Beziehungen, im Haushalt, zu Hause, in der Erziehung ihrer Kinder und so weiter. Die hatten eins gemeinsam. Sie waren immer unentschlossen und wussten nicht, was sie wollen. Sie waren unentschlossen. Sie waren, wie sagt man so, wavery, so slippery in ihren Entscheidungen. Sie haben schnell eine lange gebraucht, um eine Entscheidung zu treffen, haben sie dann schnell wieder umgeworfen. Das, was die Erfolgreichen gemeinsam haben, was alle Erfolgreichen haben und was sie ausmacht, ist eine feste Entschlossenheit. Ja, eine richtige Bestimmtheit sogar. Eine feste Entschlossenheit, die Dinge, die sie sich vorgenommen haben, auch umzusetzen. Und das Gegenteil von Entschlossenheit sind die sogenannte Verschieberitis, die Halbherzigkeit, das, ich probier's mal Mindset, ich versuch's mal, ja. Erfolgreiche Menschen probieren nichts und die versuchen nichts. Erfolgreiche Menschen, die machen etwas. Die tun etwas. Punkt. Da ist nichts mit probieren, nichts mit versuchen, nichts mit mal gucken. Und ja, wenn ich Zeit habe, sondern erfolgreiche Menschen sind fest entschlossen, etwas zu tun, ihre Dinge zu tun. Und diese ganze Verschieberitis und Halbherzigkeit und dieses Rumleiern, das sind absolut die Eigenschaften von Verlierern. Und vielleicht denkst du jetzt, ah, das habe ich nicht und bin trotzdem nicht erfolgreich. Dann kann ich dir sagen, eins der bekanntesten Gesetze des Universums lautet, wie im Kleinen, so im Großen. Und nun ist die Frage, wie triffst du im Kleinen Entscheidungen? Wie handelst du im Kleinen? Und im Kleinen meine ich so einfache Dinge wie, bist du ein Typ, der seinen Wecker morgens stellt, weil du aufstehen willst? Und was machst du, wenn der Wecker klingelt? Stehst du in dem Moment, der Wecker klingelt, du stehst auf und packst was? Oder bist du einer von denen, die den Snooze-Button einmal drücken, ein zweites Mal drücken, ein drittes Mal drücken, dann den Wecker nochmal 15 Minuten später stellen und sich dann irgendwann aus dem Bett quälen? Viele werden denken, dass diese Angewohnheit, diese Verhalten keinen großen Einfluss auf ihr Leben hat. Und ich kann dir sagen, das hat einen riesen Einfluss auf dein Leben, weil du trainierst damit dich selbst, dein Bewusstsein und vor allen Dingen auch dein Unterbewusstsein. Trainierst du darauf, die Dinge, die du dir vorgenommen hast, weil wenn du den Wecker auf 7.30 Uhr stellst dann hast du dir ja vorgenommen, um 7.30 Uhr aufzustehen und du trainierst dich selbst darauf, diese Entscheidungen wieder umzuwerfen und nicht zu verfolgen und nicht daran zu handeln. Und so ist dieser Snooze-Button. Das hat einen riesen Einfluss auf dein Leben. Das macht dich quasi, das ist ein Verlierer-Tool. Ja, ich sage das ganz klar, der Snooze-Button am Handy-Wecker oder am Wecker ist ein Verlierer-Tool. Weil entweder nimmst du dir vor, um 7.30 Uhr aufzustehen und dann tust du es auch, weil du entschlossen bist, deine Entscheidungen umzusetzen oder du tust es nicht. Und wenn du sagst, ja, ich will ja sowieso erst um 8.00 Uhr aufstellen und ich stelle mir den Wecker um 7.30 Uhr und dann snooze ich noch zweimal 15 Minuten. Warum tust du dir das an? Warum stellst du den Wecker nicht gleich auf 8.00 Uhr und stehst dann direkt auf, hast du eine halbe Stunde erholsamen Schlaf länger, wird deinem Körper, deinem Geist viel wohler tun, viel besser tun als diese zweimal 15 Minuten snoozen. Und du zeigst dir selbst ja, dass du die Dinge, die du dir vornimmst, nämlich dann aufzustehen, wenn man dir den Wecker gestellt hat, dass du diese nicht umsetzt. Und das hat einen riesen Einfluss auf dein Leben. Wenn du so ein Snooze-Button-Typ bist, dann lass es ab sofort sein, trainiere dich darauf, entschlossen zu sein, wenn du dir etwas vorgenommen hast, dann setzt du es um. Und das beginnt in solch kleinen Dingen wie morgens aufstehen zu der Zeit, wo du dir den Wecker stellst, ohne rumzusnoozen. Und das wird einen Ripple-Effekt haben, das wird so einen Butterfly-Effekt haben in deinem gesamten Leben. Denn, weißt du, millionäre und erfolgreiche Menschen, die sind es einfach gewohnt, blitzschnelle Entscheidungen zu treffen. Die Frage ist, wie triffst du deine Entscheidungen? Wenn dich jemand etwas fragt, wenn du im Restaurant sitzt, vor einer Karte im Laden, soll ich dieses oder jenes Brot kaufen? Wie triffst du deine Entscheidungen? Triffst du die schnell? Triffst du die klar? Oder überlegst du ewig? Erfolgreiche Menschen und Millionäre, kann ich dir sagen, sind es gewohnt, blitzschnelle Entscheidungen zu treffen und dann sofort zu handeln. Ein Rezept für Erfolg ist ganz einfach, schnelle Entscheidungen zu treffen und sie dann ganz schwer wieder über den Haufen zu werfen. Ein Rezept für Versage und Verlieren ist, sich ewig zu brauchen, bis man eine Entscheidung trifft und diese dann ganz schnell wieder zu ändern. Und das kannst du dir anschauen in allen erfolgreichen Menschen, die du selbst kennst, kannst du in allen Biografien nachlesen. Erfolgreiche Menschen sind es gewohnt, schnelle Entscheidungen sofort zu treffen und diese nicht wieder umzuwerfen. Und erfolgreiche Menschen, die müssen immer alles erst abwägen, die müssen nochmal überlegen, die, ja, das überlege ich mir bis morgen, das gucke ich mal und was wäre wenn und dieses ganze Geleier und dann, wenn sie eine Entscheidung treffen, naja, gut, ja, ja, ich mache das jetzt und dann kommt irgendwas ihnen in den Weg und dann sagen sie, ach nee, ich lasse das doch lieber. Das, und ich meine, du kennst das, ja, du kennst das von vielen Menschen um dich herum, das sind die typischen Eigenschaften von Versager. Erfolgreiche Menschen treffen eine blitzschnelle Entscheidung, jetzt sofort Entscheidung und werfen diese nicht wieder um, erst wenn es gar nicht mehr anders geht. Na ja, die Geschichte ist voll. Ich meine, Henry Ford, ja, ist ein absolutes Beispiel dafür, er war bekannt dafür, blitzschnelle Entscheidungen zu treffen und diese sofort in die Tat umzusetzen und dann bei diesen Entscheidungen zu bleiben. Ihm wurde für viele, viele Jahre ans Herz gelegt, seine Produktpalette zu erweitern, sein T-Modell in anderen Farben anzubieten und Henry Ford hat gesagt, nein, ein Modell, eine Farbe, Punkt. Und er ist bei seiner Entscheidung geblieben, bis es wirklich nicht mehr anders ging und während alle anderen komische Modelle Vielfalten anboten, hat er das meiste Geld mit diesem einem Modell, mit diesem einen Ford-T-Modell hat er das meiste Geld verdient, während die anderen versucht haben, die Kundenwünsche zu erfüllen und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Henry Ford hat das Ganze, ähm, ja auch den Ruf eines Dickkopfes eingebracht. Aber Dickköpfe sind in der Regel sehr erfolgreich, wenn der Dickkopf dahin geht, das umzusetzen, was sie sich vorgenommen haben. Wenn es jetzt ein Dickkopf ist, der, wie wir es kennen von kleinen Kindern, die generell gegen alles sind, keine eigene Meinung, kein eigenes Ziel haben, aber sind erstmal dagegen, das meine ich nicht mit Dickkopf. Dickkopf und diese Sturköpfigkeit ist, ich habe mir das vorgenommen und ich ziehe das durch, koste es, was es wolle und nichts und niemand kann mich davon abhalten. Das ist die richtige Dickköpfigkeit und diese Dickköpfigkeit darfst du dir angewöhnen. Und Entscheidungen, es geht ja immer darum, Entscheidungen zu treffen im Leben. Wir müssen permanent Entscheidungen treffen. Du hast dich entschieden, diesen Podcast anzuhören. Ja, es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Und der Wert einer Entscheidung, ja, wie stark, wie wertvoll ist denn diese Entscheidung, das ist einzig und allein davon abhängig, wie viel Mut sie erfordert. Wie viel Mut es erfordert, diese Entscheidung zu treffen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Eine Entscheidung ist nur dann eine gute und wertvolle Entscheidung, wenn du richtig Mut brauchst, um sie zu treffen. Ich meine, Entscheidungen, die Geschichte ist voll davon, von richtig mutigen Entscheidungen. Ob es die Unabhängigkeitserklärung in Amerika war, ob es die Öffnung der Grenzen von der DDR zur BRD war. Und immer wieder große Entscheidungen haben richtig viel Mut gebraucht. Und dieser Mut, der hinter den Entscheidungen steckte, machte diese Entscheidung so bedeutend und so wichtig. Und vor welchen Entscheidungen stehst du in deinem Leben, die du zu treffen hast? Und vielleicht zögerst du noch. Und wenn du zögerst, dann hast du nicht genug Mut. Gefehlt der Mut, eine Entscheidung zu treffen. Und ein einfaches Beispiel war bei mir eine Entscheidung, die mein gesamtes Leben verändert hat. War es damals, als ich, und die Geschichte haben wir schon oft erzählt hier im Podcast, als ich erfuhr, dass ein Arbeitskollege von mir den Herzinfarkt hatte auf der Autobahn. Meine Entscheidung war, meinen Job zu kündigen und nicht den gleichen Weg zu gehen wie er und nicht so zu enden wie er. Das war meine Entscheidung. Meine Entscheidung war, ich mache etwas Eigenes, ich gehe meinen eigenen Weg, ich gehe nach vorn, ich riskiere etwas und ich baue mein eigenes Business auf. Ich mache mich selbstständig und ich lebe das glückliche, reiche Leben, an dem ich schon immer geträumt habe. Jetzt und hier entscheide ich mich dafür und habe meinen Job, meinen Auftrag damals im Außendienst gekündigt. Und diese Entscheidung brauchte natürlich Mut, weil sie mit Risiken behaftet war. Würde ich es wirklich schaffen? Könnte was schief gehen? Schaffe ich es, meine Familie zu ernähren? Aber all das war der falsche Fokus. Mein Fokus war, ja, ich schaffe das, ich kriege das hin und ich ziehe es jetzt durch. Koste es, was es wolle. Und genau das, dieser Mut, den es gebraucht hat dazu, mein Einkommen abzukatten, meine Sicherheit abzukatten und zu sagen, doch, ich ziehe das jetzt durch, ich baue mein Internetgeschäft auf, ich mache mich selbstständig im Internet, ich werde erfolgreich sein im Internet, ich werde sehr viel Geld verdienen und so weiter. Das war meine Entscheidung. und diese Entscheidung hat viel, viel Mut gebraucht in dem Moment. Ich weiß ja, ich hatte gerade ein Kind bekommen, größere Wohnung, größere Kosten und so weiter und so fort und trotzdem habe ich den Mut aufgebracht und deswegen war diese Entscheidung, die ich da gebracht habe, auch so wichtig für mein Leben und hat mein Leben so extrem geformt. Und so ist es rundherum mit allen Entscheidungen. Wie triffst du Entscheidungen? Triffst du sie schnell? Triffst du sie nach wochenlang überlegen? Triffst du sie dauerhaft, dass du sagst, okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich ziehe das jetzt durch und egal was passiert, ich ziehe es durch? Oder bist du, dass du sagst, vielleicht war die Entscheidung doch nicht richtig, vielleicht sollte ich es doch anders machen, vielleicht sollte ich doch mal gucken, vielleicht ist ja noch was anderes besser. Wie triffst du deine Entscheidung? Triffst du deine Entscheidung schnell? Schnell und konsequent und ziehst es dann durch? Oder brauchst du ewig und leierst rum und wirfst sie dann doch noch schnell über den Haufen. Mein Tipp an dich aus meiner eigenen Erfahrung, aus hunderten von oder inzwischen sogar tausenden von Büchern, die ich gelesen habe, aus eigener Erfahrung, aus meinem eigenen Leben kann ich dir sagen, trainiere dich darauf, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und du kannst das mit einfachen Dingen tun. Wenn du zum Beispiel ein Typ bist, der im Supermarkt vorm Brotregal steht, oder generell vom Regal, was essen wir denn heute? Was essen wir denn heute Abend? Was will ich denn morgen essen? Und dann fängst du an zu überlegen. Dann gib dir maximal fünf, zehn Sekunden, wenn überhaupt besser, nur zehn oder fünf Zeit zu entscheiden, was du essen willst, was du in deinen Wagen tust und dann gehst du weiter. Genauso, wenn du im Restaurant sitzt, klapp die Karte auf, guck drauf und entscheide innerhalb von 30 Sekunden, was du isst. Trainiere dich darauf, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und viele werden jetzt sagen, was ist aber, wenn ich dann was auswähle, was mir nicht schmeckt? Ja, dann isst du halt mal was, was dir nicht schmeckt. Das wird dich nicht umbringen. Aber du hast dann wieder was daraus gelernt. Wichtig ist, dass du dich darauf trainierst, schnelle Entscheidungen zu treffen und dabei zu bleiben. Und mach das im Kleinen, denn wir wissen, wie im Kleinen, so im Großen, wie am Anfang, so am Ende. So wie du den Tag beginnst, so läuft der ganze Tag, wenn du eine Entscheidung triffst um 7.30 Uhr aufzustehen mit deinem Bäcker, dann steh direkt um 7.30 Uhr auf. Wenn du eine Entscheidung triffst zum Frühstück, schnell, ich esse jetzt das und das und dann merkst du, schmeckt mir gar nicht, zieh es durch, iss es einfach, aber trainiere dich drauf, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen, diese Entschlossenheit ist das, was du an erfolgreichen Menschen bewunderst. Erfolgreiche Menschen setzen sich ein Ziel, sie entscheiden sich für etwas und in diesem Wort Entscheidung steckt ja das Wort Scheiden darin. Sie scheiden sich von allen anderen Möglichkeiten ab. Wenn ich eine Entscheidung für etwas treffe, dann sage ich Ja zu dieser Sache und Nein zu allem anderen. Du scheidest dich von allen anderen Möglichkeiten. Also zack, bumm, Entscheidung treffen, loslegen. Schnelle Entscheidung und sofort handeln. Das ist das, was erfolgreiche Menschen machen. Das ist das, was Menschen zu Millionären macht. Das ist das, was Menschen zu glücklich macht. Diese Unentschlossenheit und diese Verschieberitis ist das, was Menschen deprimiert, was Menschen unglücklich macht. Also lerne, schnelle Entscheidungen zu treffen, klare Entscheidungen zu treffen und dabei zu bleiben. Und das ist unglaublich. Diese Entscheidung ist so ein machtvolles Werkzeug. Es ist ein absolut machtvolles Werkzeug. Und das kann jeder nutzen. Das kann jeder nutzen. Und das Tolle ist, wir haben gerade Anfang des Jahres, viele Menschen sagen, 2018 wird mein Jahr. Jetzt mache ich was anders. Jetzt treffe ich eine Entscheidung und machen dann nichts. Und wenn deine Entscheidung zum Beispiel ist für 2018, die du entweder schon getroffen hast oder jetzt und hier treffen kannst und sagst, 2018 wird mein Jahr. 2018, ich meine Finanzen an, 2018 lege ich los, 2018 mache ich alles anders und besser. 2018 werde ich erfolgreich sein, 2018 werde ich erfolgreich Geld im Internet verdienen. 2018 werde ich mein Gehalt verdoppeln. Was auch immer es ist, du wirst eine Entscheidung treffen und dann handel auch. Und du weißt, auf showmedemoneyhoney.de oder auf meiner Webseite digitalmoneymaker.de findest du alle Ressourcen dafür, um dein Leben finanziell in die Hand zu nehmen, um eine Entscheidung zu treffen und entsprechend zu handeln. Du kennst die Seiten Schau vorbei, du wirst dort alle Tools finden, um deine Entscheidung, die du getroffen hast, wahrzumachen und umzusetzen. Denk an die Macht, dieses machtvolle Werkzeug der Entscheidung und nutze es, trainiere dich drauf, im Kleinen schnelle Entscheidungen zu treffen. Und wenn du im Kleinen schnelle Entscheidungen triffst, wirst du auch im Großen schnelle und gute Entscheidungen treffen. Und das ist der Punkt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich weiß, ist es ein bisschen Arbeit. Ich weiß, du musst dich ranhängen und da was machen. Aber du wirst erfolgreich sein. Du wirst dadurch dein Einkommen extrem steigern durch schnelle Entscheidungen. Du wirst dein Lebensglück extrem steigern durch schnelle Entscheidungen. Und dann triff jetzt eine Entscheidung, etwas zu tun und tu es verdammt nochmal. Wir hören uns in der nächsten Folge. Alles Gute. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teil ihn mit deinen Freunden. Lass eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Gib der Sache einen Daumen hoch. Lass einen Kommentar da. Und teile es mit deinen Freunden. Davon lebt dieser Podcast. Wir wollen ganz, ganz vielen Menschen helfen. Wir können es nur, wenn du uns hilfst, diese Message, diese Nachrichten zu verbreiten. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Gunnar Kessler. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.